Okay, dein Lachen habe ich jetzt natürlich gleich noch mit drauf. So, wir machen das Bilus-Lanzlager. Okay, ähm... Stufe 11, das ist... Ach, schon schnell, wo muss ich denn da hin? Ja, gute Frage. Äh... Wo sind... Und da ist der Titox. Nein, das geht, alles klar, so wie das gewählt, ja. Du wirst ziehen mit. Ja. Ähm... Wo sind denn wir überhaupt? Frag mich nicht. Hab ich aber gerade. Ich hab keine Ahnung. Oh! Windows! Was? Ja. Na ja, das hört man zurück nicht. Ähm... Ja, okay. Das wird ja auch nicht mal angezeigt. Ähm... Fragi. Ähm... Glaub so weit bin ich noch nicht. Hast du das Tutorial schon? Äh... Sollte ich... Dann müsstest du das, so wie du Level 11 bist, auch bekommen, die Quest. Sonst können wir die bestimmt im Nachhinein noch irgendwie erledigen. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn wir nicht... ...zifizieren... ...wollen wir da mal gucken, ob wir das dann irgendwie machen können. Weil... Laut Quest... Äh... Soll man ja erst die... Äh... Deva-Zertifizierung und dann das machen. Also Deva bin ich schon. Dann bist du weiter wie wir. Nee, bist du schon in der zweiten... In der anderen Stadt? Ja. Na toll. Dann bist du weiter wie wir. Hä? Ja. Da sind wir noch nicht. Wir warten die ganze Zeit hier in diesem Lager, in diesem Camp auf dich. Na gut. In welchem Server sind wir? Tor. Okay. Dann müsste Tyrax noch auf den Server kommen. Kommt ihr oder geht ihr? So, wenn Videos kommen, versuche ich mich rechtzeitig zu muten, dass ich dann halt das Video... ...und so auf... ähm... Video hab. Jo. Jo. Hoffentlich geht alles gut. DeTor. Da. Zurück. Ja. 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 Na egal. Äh, warte. Ich zeig dann immer kurz den anderen Server. Dann lösche ich einen von mir da. Nee, warte mal. Dann werde ich stehen. Da ist, äh... Bleib mal stehen, Schatze. Sehle dich nicht. Ich bin... äh, hinter dir. Geliebt. Ich hab dir eine Gruppeneinladung geschickt. Sehr schön. Oh. Ach da. Ja. Oh. Bugs leicht mit deinem Flügeln. Das ist hier die ganze Zeit mit deinem Flügeln. Nö, ich schlug bei mir ganz normal. Hm. Also. Machst du zuerst die Ellie oder wie? Ja. Ähm, ihr habt Dämonen, oder? Ja. 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 Ja, aber dann hängt Hyrox doch ewig weit hinter uns her. Ach ne, das ist... Seid willkommen. Gott. Äh, Mino hat mich ganz persönlich gebeten, ein Auge auf euch zu haben. Okay. HALT! Wie kommt ihr hier rein? Ruhig. Steckt eure Schwerter weg. Begrüßt ja Dävers immer so. Oh, verzeiht. Verzeiht. Unsere Wachen handeln oft vorschnell. Munin sagte mir, dass ihr kommt. Willkommen in Pandemonium. Was lustige ist, ich kann mich im Discord nicht mythen, wenn irgendwas ist. Ja, es... Ja. Ich muss vorher kurz was sagen. Nur, dass wir halt still sind. Wo bist du jetzt hin gelaufen? Ich bin hier hinten bei der alten Hexer. Ich bin hier hinten bei der alten Hexer. Ich bin hier hinten bei der alten Hexer. Ach, das Pink ist in Event-Sachen. Wie kommt ihr da? Du bist in eine Karte. Wie kommt ihr einfach raus? Ja. Auf die Wache, ich kann mich nur mal schauen. Aber das habe ich wollt! Ja. Ich bin ein Flubby. Warte mal, das ist deutlich. Guck dir das mal an. Der Fisch hat die halbste Zeit. Cool. Oh, jetzt habe ich da unten den grünen Ring halb verbraucht. Der lädt sich wieder auf. Da müssen wir überhaupt hin. Erstmal da hoch. Wir holen uns erstmal so einen coolen Begleiter. Okay, ja gut. Wir müssen sowieso da hoch für die Hauptquest, sagen wir es jetzt mal so. Wartenstraße. Nee, die Hauptquest wäre dann unten gewesen. Irgendwo dahinten. Nee, warte mal. Egal, wir sind jetzt ja doch noch. Genau. Pannemoniumplatz. Ja. Da. Da, wo ganz viele Viecher sind. Mhm. Und da kann man sich eins nehmen, oder wie? Nee. Meine Mijoles lassen mich all meine Sorgen vergessen. Aha! Man muss mit Silke reden. Wenn ihr tierischen Trost braucht, könnt ihr jederzeit zu mir kommen. So. So. Ein guter Tag. Ähm. Du Scheiße sind die drühe. Schreitet in Asmodee. Ein guter Tag. Ein guter Tag. Soll man sich da so ein Ei kaufen? Nö. Nicht so. Was wünscht ihr? Was wünscht ihr? Und dann auf Beschwören, oder? Nein, noch nicht. Für Asmodee. Was wünscht ihr? Du musst aber auch die Bücher lesen, die du bekommen hast, ne? Ich bekomme Bücher? Mhm. Ich habe keine Bücher bekommen. Doch. Du musst Bücher im Inventar haben. Ich rede mit Silke. Hab ich, krieg ich kein Brun. Hab auch kein Brun bekommen. Käthe? Kann ich nur auf, äh, Moli beikaufen. Steht. Nö. Also, ich hab, ich hab drei Bücher bekommen. Hm, ich hab keins bekommen. Du kriegst das erste Buch bei der Silke. Da hab ich... Ich klicke Silke an. Und da, äh, kann ich nur, äh, Skriechen können. Wenn ihr typischen Trost braucht, könnt ihr jederzeit zu mir kommen. Du leckst. was ich an ich konnte nur ein klingt Punkt 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 nicht angst mit einem Millionen mehr nicht die Zechtern dass sie besitzt guck mal mir rennt so ein Ding hinterher wollen wir die Gruppe noch mal erst steht ja ich liebe Haustiere ich hoffe ich will Freude Haustiere bieten indem sie selbst eines Großes mit einem Haustier an der Seite pflegen alle eure Sorgen herz und blablabla dann kann ich nur klingt Punkt 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 net anklicken ja klickt das mal an ja dann schließt sich das Fenster und ich hab nichts bekommen dann geh mal zu der hier aber was steht denn bei der da bei Kat Kat ähm meine Mjolei mit gesündester Energie Energie bebrütet jedes bringt ein Wail blablabla wenn ihr ein Ei gewählt habt bringt es zu Edil um es schlüpfen zu lassen man kann auch so viele verschiedene Molis wählen welches Moli soll euer Begleiter sein Black Sissy übrigens im iron shop erwartet warten weitere Molis auf einen neuen Besitzer schaut euch dort nach einem passenden Begleiter dann kommt nur wo ich was auswählen kann Moli eikaufen ähm darunter müsste noch was sein ist aber nichts ne ich hatte darunter noch ne Auswahl ne ich nicht dann klick mal auf ähm fertig also nicht mehr loben und dann geh mal zu der erde was wünschte ich steht bei dir dann da ähm ähm Mjole beschwören oder freilassen beides klick mal auf beschwören ja dann habe ich äh so ein Fenster ja unten öffnet sich dein ähm Inventar Fenster ja hast du da ein pinkes Ei drinnen mhm nein für Asmoday das müsste doch für jeden frei sein mhm ich will auch dass du so einen pinken Gnom hinter dir hast also ein so ein Ei kostet so 8000 noch was ja so viel haben wir nicht mhm und du hast erstes Ding Pain mhm ja ein lila Ribbit mhm mhm ist aber seltsam dass du das nie gekriegt hast mhm 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 Tyrox weißt du woran das liegt was ich hab doch jetzt so ein Mjole hinter mir herrennen mhm so ein Begleiter ähm sie kann sich genau aussuchen mhm ich hab selbst von dir einen bekommen okay den kriegst du doch kein Pandemonium wenn du da mit diesen drei komischen Hexen quatschen tust mhm mhm ich glaub mit denen hab ich nur nicht gequatscht okay mhm mhm ich kann den ja auch nicht übertragen auf dich das ist schade mhm äh du hast mit seinen kurzen Beinen flach auf den Boden gekauert mhm mhm das ist Mjolstark das oh was mach ich denn jetzt siehst du das ja das freut sich du krabbelst das ich hab's gestreichelt lol mhm lol was kann ich noch machen Mjol trainieren äh äh lol lol oh geil und nochmal streicheln guck wie das aussieht wenn das Ding hinterherrennt lol ja vielleicht ich kann ja morgen mal probieren ob ich da mal noch einen krieg mhm ja weil auf dem 2-Account hab ich ja auch einen mhm mhm hier drin ja ich geh mal erstmal hier rein weil eigentlich ja hier Blut für Blut ähm ah ne Seid mir gegrüßt äh Legionstraining ich höre weiter zu äh hier Passt euch kurz so Blut für Blut Blut für Blut so da gab's ein bisschen Money ent Vad ja hier ist nichts mehr der war zertifizierung das ist auf jeden fall wieder ein großes video was kommt wollen wir die das erstmal machen gehen können wir machen finden das ist der da um ja warte warum wir sind in keiner gruppe dieses gnom ding ich will schon wie die erste folge ist ich will schon mal warten ich denke schön das sieht voll cute die marktstraße vor allem dieser andere spieler da der soll fett aber wer ist das der für eine ausrüstung hat ja das ist aber wie sagt man nur also je größer die ausrüstung um so kleiner das wärm Ah, Mist, ich hab's verbraucht. Äh, sch- Diese Steuerung, ich komme da einfach nicht klar. Ich hab einfach, äh, die ganze Zeit recht... Äh, warte mal. Wir müssen, äh, wieder zurück und dann da. Das ist doch irgendwie falsch. Wie, ja. Wir müssen da hoch und dann rechts. Ach ja. Na, bevor wir dort sind, mach ich kurz auf, noch ne Stopp und fang die nächste Folge an. Hm? Hm? Geh mal rechts. Ich glaube, ich weiß, wo das ist. Da lang. Folgst du mir? Ja, ich bin bloß ein bisschen weiter entfernt von dir. Nationalgebäude. Ja, hier drin ist dann die Feierlichkeit und mich nicht alles täuscht. Oh, ne, warte mal. Hä? Wir müssen eigentlich komplett woanders hin. Wir müssen... Bei, äh, dem Großtempel von der Toddingster. Da ist das Zeichen. Weil es halt, wie man da hinkommt. Ich hab grad die große Map hier offen. Ja, das ist an sich, ähm, direkt unter der Schrift. Ja. Äh, lass uns nochmal zum Marktplatz rennen. Das ist ja, muss ja dort so sein. Aber... Wieso? Egal. Warte auf mich, mein kleiner Pain. Kommt nicht so schnell hinterher. Warte auf mich, mein kleiner Pain. Da geht es nicht weiter, aber da geht es doch auch nicht weiter. Weil an sich ist es ja da in der Ecke drin. Heißt eben, hier geht es doch noch da weiter auf der Karte.